Ich glaube, so sollte man auch mit dem Bundestrainer und seinem Team nicht umgehen. In dem Fall ging tatsächlich auch mal Form vor Inhalt, im negativen Sinne. Ja, das kann man schon so sagen. Es ging dann wirklich auch erstmal um eine Form, weil die Inhalte kann man immer ständig diskutieren. Wir haben sechs Jahre bisher hervorragend zusammengearbeitet und deswegen sollte man sich auch die Zeit nehmen, solche Dinge auszudiskutieren. Hat das schon gegeben, Gespräch mit Dr. Zwanziger hier in Warschau? Joachim Löw hat mit dem Präsidenten gesprochen, für uns alle Beteiligten. Es ist ja wichtig, jetzt nach der Aufregung am Wochenende sicherlich nochmal, jetzt wieder zum Alltag zurückzukehren und volle Konzentration auf die WM zu gehen. Und das haben auch alle Parteien so beschlossen. Trotzdem sah nach einer Vertragsverlängerung aus im Vorfeld dieser Gespräche. Ist das nicht eine Art Vertrauensbruch? Kann man jetzt überhaupt noch sauber hinarbeiten im Blick auf die WM, wo man ja immer gesagt hat, das machen wir geschlossen, das wollen wir Schulter an Schulter durchstehen, die ganze Geschichte, und zwar möglichst erfolgreich durchstehen. Ist das überhaupt noch möglich jetzt? Auf jeden Fall. Ich meine, die Situation hätten wir uns auch anders gewünscht, auch dieses ganze Theater nicht. Aber wir wissen auch, dass bei einem Misserfolg diese Diskussion auch beginnen würde. Wir sind voll konzentriert und wissen immer, dass wir auch nach Leistung bewertet werden. Und das wird unsere Arbeit nicht beeinträchtigen. Ich glaube, das Vertrauen auch weiterhin in unsere Arbeit besteht beim DFB. Ist Ihre Position und die des Trainers jetzt noch genauso stark wie vorher? Stark kann sie immer nur durch wieder Leistung sein. Ich glaube, unabhängig von den sportlichen Ergebnissen sieht man auch, dass in den letzten sechs Jahren, was von der Nationalmannschaft oder mit der Nationalmannschaft passiert ist, auch im wirtschaftlichen Bereich, im PR-Bereich, im Medienbereich, alles passiert ist, sehr erfolgreich ist. Wir müssen diese Arbeit weiter, oder wir wollten diese Arbeit weiter fortsetzen. Und dafür muss man natürlich auch gewisse Voraussetzungen schaffen. Ja, Voraussetzungen schaffen, die sind eigentlich ja geschaffen. Auf der anderen Seite, was ich gar nicht verstehe, es geht ja eigentlich weiter. Das hört man ja in diesen Tönen, das Säbelrasseln geht deutlich weiter. Und das kann nun wirklich gar nicht im Interesse sein. Ich hatte gedacht, es würden alle jetzt ein bisschen versuchen, das ein bisschen runterzuhalten und wieder aufeinander zugehen. Das ist offensichtlich nicht so. Das heißt, der Schaden wird ja nur noch größer. Ja, das darf nicht sein. Es muss auch im Interesse natürlich, vor allen Dingen im Interesse auf die WM, muss eine Lösung geschaffen werden. Ich finde, dass Jogi Löw und seine sportliche Gruppe ganz schlecht beraten sind, dieses im Paket durchsetzen zu wollen. Ich glaube, dass Oliver Bierhoff Dinge verlangt für sich, die einfach nicht zu gehen. Was denken sich denn diese Gruppe, dass sie irgendwo anders bei einem Verein oder wenn sie als Gruppe agieren wollen, dass sie irgendwo bei einem Verein oder bei einem Verband einziehen, diese ganzen Forderungen wieder auf den Tisch legen und der Verband oder der Verein sagt, ja, wir sind froh, dass ihr hierher kommt, macht das mal alles so. Das wird es nicht geben. Die müssen nicht so naiv sein zu glauben, dass sie da jemanden finden, der dieses in ähnlicher Form ihnen gestattet. Deswegen ist es dringend notwendig, da aufeinander zuzugehen und das halte ich für möglich nach wie vor. Aber Sie kennen auch alle ganz gut und das Wundersame daran ist, Joachim Löw zum Beispiel stellt auch immer wieder heraus, dass das nur gemeinsam geht mit Oliver Bierhoff. Das macht sein Schicksal auch abhängig von dem. Oliver Bierhoff beispielsweise hat er jetzt nochmal erhärtet. Mit anderen Worten, das ist kein Einzelgang offensichtlich von Oliver Bierhoff, sondern ist tatsächlich eine gemeinschaftliche Geschichte. Hören Sie mir doch zu, das habe ich ja gesagt. Das ist das, was ich nicht verstehe, dass Jogi Löw sein Schicksal ganz eng mit Oliver Bierhoff, mit seinen Interessen, seinen vorrangigen Interessen verbindet, dass er alles aufs Spiel setzt eigentlich. Jogi Löw als solcher wird einen Job finden. Das ist unzweifelhaft. Er ist ein erstklassiger Mann, der gesucht ist und da auch etwas tut. Das ist auch interessant, wo Sie sagen, er wird einen Job finden, das ist ja gar keine Frage. Auf der anderen Seite, es ist das Wort schon mal gefallen und heute denkt man immer, das gibt es in der Nationalmannschaft oder bei so großen Verträgen gar nicht. Hat ja doch auch immer noch ein bisschen was mit Ehre zu tun, ehrenvoller Aufgabe. Es ist die Nationalmannschaft, das ist nicht irgend so ein Job, den man mal so aufgibt. Nun, das lasse ich nicht zu. Das ist etwas, was ich strikt verteidige. Diese Gruppe um Löw herum sind charakterlich völlig einwandfreie Jungs. Löw als solcher selbstverständlich und auch die anderen. Charakterlich kann man denen nichts vorwerfen. Die wissen auch, dass es um die Nationalmannschaft geht. Persönliche Interessen, wie gesagt, haben sie jetzt in die Hand von Oliver Bierhoff gelegt. Weiß ich nicht, wissend oder unwissend, dass da so viel gefordert wurde, das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls haben sie es nicht gut gemacht. Das ist eine Konstellation, die kann nicht funktionieren, die wird nicht funktionieren. Und der DFB hat im ersten Schritt das nicht zugelassen. Wohl anmerkend von mir auch, dass der DFB nicht immer hundertprozentig gut ausgesehen hat. Das mit dem Ultimatum kann man verstehen, dass Joachim Löw sich das nicht gefallen lassen will. Das sollten wir an dieser Stelle da erstmal bewenden lassen. Es wird uns ohnehin nicht nur heute noch weiter beschäftigen, sondern auch in der nächsten Zeit und bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Da bin ich relativ sicher. Aber heute ist ja auch ein bisschen Fußball-Europameisterschaft 2012, nämlich die Auslosung. Und ich denke, es ist auch wichtig, mal zu erfahren, wie weit denn die beiden Nationen, die dieses große Turnier ausrichten sollen, im Augenblick überhaupt sind. Die Polen, da war nicht viel Gutes zu hören in den letzten Jahren, was den Fußball anbelangte. Korruptionsaffären, Zuschauerschwund auf der einen Seite. Auf der anderen, aber hat unser Konkurrenz... Korruptionsaffären, Zuschauerschönen, 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 Zuschauerschönen.